Antonio Francesc Xavier Josef Sola y Ramos, auch Padre Antonio Sola genannt, war ein spanischer Komponist der Klassik für Tasteninstrumente, Biografie. Seine Ausbildung als Organist und Komponist erhielt Sola, Sohn eines Militärkapellmeisters, als Gorknabe in der Escolania de Montserrat bei Barcelona, wo er auch erzogen wurde. Etwa 1750 wurde er Kapellmeister an der Kathedrale von Yale, dort setzte er auch seine geistliche Laufbahn fort. 1752 trat er den Hieronymiten von Alice Goriel bei und wurde dort 1757 Kapellmeister. Er gab am Hofe dem spanischen Prinzen Don Gabriel täglich Klavierunterricht und stellte als Unterrichtsmaterial raffinierte Sonaten, die in Bezug auf technische und musikalische Herausforderungen mit Domenico Scalati verglichen wurden, bereit. 1762 veröffentlichte Sola sein großes musiktheoretisches Werk El La Vede La Modulation, das er später gegen Anfeindungen anderer Musiker verteidigen musste. Er hatte Kontakt mit Jose de Nebra und Padre Martini und war auch als Orgelsachverständiger tätig. Ehrung In den Jahren 1979 und 1980 fand anlässlich seines 250. Geburtstages eine internationale Ehrung statt. Es wurden ca. 80 Konzerte mit 47 verschiedenen Programmen dargeboten von 55 Künstlern in allen Teilen der Welt veranstaltet. Werk Sein Ruhm als Komponist ist durch seine ca. 120 Sonaten für Tasteninstrumente begründet, oft ein oder zwei, aber auch drei- und viersätzige. Sein großer Einfallsreichtum stellt ihn an die Seite Dominicos Scarlettes, den er in Alice Goriel kennenlernte. Ein gegenseitiger Einfluss der beiden ist wahrscheinlich. Sola verwendet in seinen Sonaten oft Flamenco-Elemente und spart nicht mit Verzierungen. Es existieren von Sola außerdem zwölf mehrsätzige Sonaten für zwei Orgeln bzw. Cembali. Weiterhin schuf Sola über 200 geistliche Vokalwerke sowie etwa 140 Vélancicos und einige Kammermusikwerke. Hörbeispiel Konzert für zwei Orgelnummer Eins in C-Dur-E-Hörbeispiel Sonatenummer Star